Nicht die Vollpaare. Ich muss zweimal mit einem Scheiß-Dollar-Bunds angreifen. Wie weit bist du denn mittlerweile? Ich? Nee, Kisten-Schieber. Wie weit? Er hat im Story-Modus Ohnix bekommen. Mich will mal interessieren, wie weit du mittlerweile in der Story bist. Oh, stell dir mal vor, ich bekomme gleich Tauber, Junge. Das wäre auch noch okay. Also, hab ich. Hast du einen Pugeldex voll? Du hast einen Pugeldex voll? Ja, gleich. Nein. Ich bin die Einzige, die nicht den Pugeldex voll hat. Soll ich dir helfen, Pia? Alles gut. Ich kann dir helfen, ich bin da extrem gut im Pugeldex vollkriegen. Dennis hat doch nicht mehr den Dex verworfen. Warte, warte, Hanno, Hanno, das sagt derjenige, der von mir Pokémon bekommt, um seinen Pugeldex zu vervollständigen. Hey, 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 hey. Danach haben wir jetzt gerade nicht gefragt, ne? Wir haben gesagt, dass du dir Hilfe brauchst beim Pugeldex-Vervollständigen. Und ich habe ihm eine Hilfe angeboten und jetzt trippst du bitte nicht mit Füßen. Acht Ohren sind heute Pugeldex nicht voll. Hanno, was habe ich dir geholt? SEPA? SHINY SHANERA! Oh mein Gott, nein! LOL, 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 ich komme hier gar nicht durch. Nein, SHINY SHANERA, NEIN! Ja, ja, ja. Nein! Fungys, Fungys nix. Fungys oder Fungys nicht. Nein! Halt dir doch einfach mal, dann hast du es hinter dir. Nein! Oh nein, nein! Dann ist die Schelle von Parente abgebrochen. Aber wir haben SHINY! Nein, du kannst zwar in der Story so weiterspielen, aber nein! Ich versuche es, obwohl, ich versuche es, ich versuche es, ich versuche es, ich versuche Sharnera zu fangen. Ähm. Natürlich sitzt er in der Genesung auf Galoppe ein. Oh, First 2 gefangen direkt. Oh, fuck off, ey. Oh nein. Oh, das ist schon ein bisschen bitter, ne? Das ist echt ein bisschen bitter, Alter. Oh, das ist so ein bisschen bitter, Alter. Das ist ein richtig schlechter Beigeschmack. Oh, mein Gott, Evoli. Das ist ein richtig schlechter Beigeschmack gerade. Oh, Mann. Let's go, guys. Oh, ich hol, ne? Egal welches Pokémon ich euch hol, es ist nie das Pokémon, was ihr kriegt. Es ist immer ein anderes. Immer. Oh, nein. Okay. Ich gehe von heute auf. Die Kette gebrochen. Oh, nein. Oh, je, wo immer wir gelb haben. Du musst jetzt nicht... Hör doch auf, eine Top-Genesung auf deinen scheiß Galoppe einzusetzen. Pia, 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 ganz ruhig. Ganz ehrlich. Ich bin ja wohl gerade ein bisschen saltyder als du, ne? Ich hab nicht gesagt, dass ich salty bin. Mich nervt das nur. Mann. Okay, ähm... Das ist natürlich jetzt semi-lecker, ne? Um ehrlich zu sein. Aber wir können weiterspielen. Ja, ich sehe es jetzt mal positiv. Oh mein Gott, Evoli. Warum bist du Jesus? Evoli. Warum bist du Jesus? Oh, fuck off, ey. Aber ich gehe genau selb, was über mich passiert ist. Oh, fuck off, ey. Fuck off. Ja, Dennis. Gerade eben. Aber ein, warte mal. Stopp. Stopp. Ein Vorteil hat es jetzt, Freunde. Wenn nächstes Mal shiny Channera spawnt, ne? Dann können wir das Ding einfach stumpf ignorieren. Ja. Es ist leider so. Dann können wir diese Scheiße einfach stumpf ignorieren. Ja. Oder ist doch jetzt richtig gesagt. Ja. Also der Bullshit kommt mal ausgeräumt. Wir können es dann einfach ignorieren. Das heißt, ich brauche es nicht fangen oder sonst was. Ich hasse dich. Du bist der behinderte Herausforderer. Warte mal. Es ist ein hitziges Wesen, hat es? Und wie viele EVs? Es ist ja mal mega schlecht. Alter Bruder. Du musst es ja nicht benutzen. Ja, weil ich Kette. Gatsache. Komprimator, Gesang, Body Shack, Eierbob. Okay, ich spiele es mit Komprimator. Easy. Wie nennen wir es? Ich brauche noch einen Namen dafür. Name ändern. Wir brauchen noch einen Namen dafür. Wir nennen es... Nenn es Dennis, nenn es Dennis. Bitte nenn es Dennis, bitte. Nee, das ist falsch. Wir nennen es... Ich weiß, wie wir es nennen. Nein, bitte nenn es Dennis, weil Dennis auch kann. Nein. Nein, ich weiß, wie wir es nennen. Ich will kein Shininger sein. Ich will eh free sein. Kerstin, Kerstin Schiebaba, das Problem ist, wir machen eine Challenge. Das heißt, wir können hier noch tagelang sitzen, bevor wir einen Schein kriegen. Deswegen nehme ich es einfach erst mal mit. Und ich würde es gerne... Liebe Grüße gehen hier an... Ich brauche jetzt einen Damen-Namen. Ich weiß aber nicht. Ich weiß, wie es nennen. Ich weiß nicht. Vielleicht hasst du mich, aber vielleicht auch nicht. Ich bin der Chimp. Yay. Ich weiß, wie wir es nennen. Nicht Schein. Bitte nicht. Hä? Ach so, bitte. Ja, ist alles gut, Kistenschieber. Also wie gesagt, wir machen halt eine Challenge. Wir müssen vor jeder Arena mindestens einen Shiny fangen, bevor wir die Arena machen dürfen. Und jetzt dürfen wir zur sechsten Arena gehen. Weil wir... Darfst du nicht rein theoretisch schon drei Arenen jetzt machen? Ratzfatz zähle ich jetzt wirklich nicht hinzu, weil das Ding ist wirklich nur bei einer Aufnahme passiert für einen Guide. Und das wollte ich wirklich nicht haben. Das Rizuror Star Wars habe ich beim Leveln trainiert. Das wollte ich wirklich auch ein bisschen haben, wenn es kommt. Wenn es nicht, dann nicht. Dann ist so. Aber, ähm, naja. Auf jeden Fall, ähm, haben wir jetzt unser Team zumindest vollzählig mit sechs, äh, Pokémon. Shiny. Sind wir vollzählig im Team. Ähm. Dankeschön fürs Zusehen. Und wenn ihr keine Videos mehr von mir verpassen wollt, könnt ihr kostenlos abonnieren. Das könnt ihr oben links machen. Wenn ihr weitere Videos von mir sucht, könnt ihr die auf der rechten Seite finden. Bis zum nächsten Mal. Ciao.